Ich habe es schon immer gewusst, die Azteken hatten sogar schon Trankis. Schaut euch das mal an, ein Fund aus der Tempelruine bei Blablablupp. Ich finde sie geil. Einmal vorbeigehauen. Die andere Seite. Die Stimme der Tempelruine. Die Stimme der Tempelruine ist ein Grund, das sie mit dem Schrauben der Tempelruine. Die Stimme der Tempelruine war für die Tempelruine. Die Stimme der Tempelruine war für die Tempelruine. Amen. Ja, auch hier, wie immer, wer eine haben möchte, meldet euch bei mir. So günstig kommt ihr nicht ran an Doppelseitige. Alles Gute. Bye.